Und den Braunsacki! Da nervt mich rein. Und jetzt heißt es wieder volle Konzentration aufs Training. Und volle Konzentration. Bist du fett, ey. Lass mich drauf. Ich hoffe, ihr seid alle am Freitag in Graz dabei. Dass ihr wieder wascht. Dass ihr wieder wascht. Wir waren heute mit der Truppe im Wolf-Klub von Zöltenheim. Wir haben ein bisschen an die Bälle geschlagen. Wir haben einen Golf-Superkurs. Ich bin Dani Moretti mit dem Klubmanager. Ich bin Sebastian Conzir und Jean-Paulo Fanti. Ich glaube, es wurde allen getaucht. Ein bisschen das Golfspiel näher zu bringen. Ich hoffe, es werden ein paar Mitgliedschaft nehmen. Und dann kann ich nächstes Jahr oder in dem Jahr noch mit ein paar Wolfen gehen. Hallo liebe Außenfamilie. Nach dem gestrigen 5.0-Sieg im Cup durften wir heute unsere ersten Golfschwinge am Golfplatz Zöltenheim absolvieren. Danke an alle, die das organisiert haben. Danke Zaki. Jetzt heißt es wieder ab zum Training und volle Konzentration auf Freitag. Und ich hoffe, es hat alle dabei gekratzt. Danke. Danke. Tschüss. ancedcher.